Und da ist sie wieder. Wenn man hier nicht weiß, wo man langen muss, kann man sich hier erstmal irgendwie stehen und denken, hä, wat, wie? Man muss halt einfach hier unten durch. Ja, hier kommen diese Höllenhäuser. Hier kannst du auch reingehen, aber da ist nichts. Und da kann man dann hochlaufen. Vielleicht kommt ja jetzt sogar eins. Ne, die Viecher. Ich glaube, bei denen war Feuer nicht schlecht. Aber wahrscheinlich ist es bei denen alles nicht schlecht. Oh, die leben sogar noch. Irgendwann hatte ich mit 14 mal nichts besseres zu tun als hier. So lange zu kämpfen, bis ich diese Tanzen auf Level 2 gebracht habe. Was bei den mickrigen AP hier durchaus ein bisschen gedauert hat. Wir haben jetzt doch ganz schön gut reingehauen dadurch, dass es so viele waren. Oh, eigentlich hätte ich jetzt besser zaubern können. Ist ja eh nicht so ein langer Dungeon hier. Ich gucke mal, ob ich mich mal eben von so einem Haus angreifen lassen kann. Jetzt kommt irgendwie kein Kampf. Ich dachte, hier wird man so oft angegriffen. Aber hier ist es eigentlich schon vorbei. Oh, da ist es. Heißt auch hellhaus im Englischen. Okay. Oh, Feuer drauf. Blitz. Verwandelt es sich, glaube ich, gleich. Findest du Eis? Wir sehen gleich mal Ehres Limit. Aber zur Sicherheit heile ich sie doch mal eben. Eben. Ja, jetzt hat er sich verwandelt. So, schon fertig. Ich glaube, Ehres ist, ach, so kurz vor dem nächsten Level. Na gut. The gate to Sector 7 is in there. Thanks. I guess this is goodbye. You gonna be alright going home? Oh no, whatever will I do. Isn't that what you want me to say? Uh. Soll ich dich jetzt wieder nach Hause bringen, oder was? Isn't that a little out of the way? Ich kann auch ein paar Häuser verkloppen. Yeah, I guess so. Can we take a break? Ich schätze, der Sinn der Sache war, dass sie ihm den Weg zeigt. Ich habe mich auch gerade gefragt, was das denn dann soll. Aber ich schätze, sie hat ihm jetzt den Weg gezeigt. Und jetzt kennt er den Weg. Das heißt, jetzt kann er sie wieder nach Hause bringen. Weil er sie nicht alleine gehen lassen will. Und dann kann er jetzt aber alleine den Weg finden. Der jetzt auch nicht so kompliziert gewesen ist, als dass er ihn nicht so oder so hätte allein finden können. Aber okay. Can't believe it's still here. Cloud, over here. What rank were you? Rank? You know, in Soldier. Oh, I was... Schon wieder dieses weiße Blitz, ne? First class. Just the same as him. The same as who? My first boyfriend. Were you serious? No, but I liked him for a while. I probably knew him. What was his name? It doesn't really matter. Oh, I think he's on the floor. Huh? Hey, back there. Tifa? Ich weiß gar nicht, wie er das jetzt erkannt hat. Aber das stand Tifa hinten drauf. That girl in the cart was Tifa? Where was she going? She looked kind of odd. w-wait I'll go on alone, you go home oh yeah ah, das liegt this place is scary in a lot of ways especially for a girl, so we've gotta find Tifa fast ah, wo fing man denn jetzt an? ich glaube direkt hier unten rechts, oder? I just can't make up my mind but what? don't make me say it, it's the shop down on the right was haben wir hier? da steht sogar Frau auf den Vorhängen da und auf dem Schild oben drüber steht Honeybee in das ist da links sieht aus wie irgendwas mit Katakana, aber das kann man gar nicht lesen keine Ahnung oh, und da ist wieder Johnny man, should I go or not? ja, was das wohl ist hier, ne? I get so mental at times like this, I'm hopeless hey, aren't you, you mean you, you wanna go too? don't bring me down to your level what? I mean, I decided this after a lot of deep thought, my last memories of Mitger, you know but that guy over there kinda scares me what the hell you ask, this ain't no fucking show, I'm busy right now, feeling that it's gonna be fun no way it can't go on, things aren't working out, but we know differences in my pay, it just isn't cutting it oh, hey listen to you welcome, even unpopular dweebs like you may meet their destiny here, you looking for a girlfriend? uh, you know a girl named Tifa man, you're pretty fast, Tifa, Tifa's our newest girl I'm sorry, what? that's um okay but unfortunately she's having an interview right now here at the Honeybee Inn, it's customary for all the new girls to be taken to Don Corneo's mansion for an interview Don Corneo is a famous dilettante okay, how do I say that again? he is a dilettante now he wants to settle down and is in the market for a bride okay ah, I don't want to talk with you again doesn't interest me seems talking about you The Honeybee Inn is a private club, only members can go in shoo shoo okay probably this has been missing as Don Corneos do I befinden hey you two, why don't you get some rest? we have a beautiful room, how about it? uh, maybe later aren't cats great? this one is a little big, huh? hey boy, you sure got a good looking Haifa there take her to the Don's place and you'll make mint please come in, there's a free pharmacy coupon if you enter now oh what should I do, should I just buy it? Klamottenladen here oh yeah now it's only half an hour all this trash can't we do anything with it? all this belongs to the owner of the weapons shop he keeps picking things up and saving them there oh you mean the owner who has a tank in his shop but anyway you look at it, it's just trash here is übrigens dreimal das kanji für Mann über dem Eingang ach, ich hab das ja auch schon hinter mir gehabt, ne? da steht tatsächlich Korneo stimmt ja das ist mir irgendwann schon mal aufgefallen äh oder? das ist das ist Ko das ist da ganz links und dann gehts weiter mit, äh Ru, Ne und Oh die kanji hier unter Clouds, komm da sind sie auch noch mal Koru, Ne, Oh This is the mansion of Don Corneo the most powerful man in the war market Look, the Don is not into men so don't let me catch you around here again oh, but you got a cure with you hey, this looks like the Don's mansion I'll go take a look I'll tell Tifa about you no, you can't why? do you know what kind of place this is? and what am I supposed to do? you wanna go in with me? well, being a man, that would be pretty hard besides if I bust in there and cause too much commotion oh, die hat angefangen zu kichern but I just can't let you go in alone oh man first we need to find out if Tifa is alright what is so funny, Aeris? Cloud, why don't you dress up like a girl? that's the only way what? and just wait I've got a cute friend I wanna bring Eris I can't you are worried about Tifa, aren't you? then come on, hurry friend sounds pretty good to me the doll will be happy too who knows maybe I can even oh yeah, okay Zeit für Claudine genau haha, die standen halt weit weg ah, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich alles ich glaube hier wollte jemand Avalanche an die Wand sprühen und wusste nicht wie man das schreibt jetzt kann man verschiedene Vorbereitungen treffen ich glaube es fing an mit dem Klamottenladen oder? und dann konnte man den Rest machen nö, tatsächlich zum Glück nicht da haben sie das auch genauso durchgezogen hat sich auch keiner beschwert hat Cloud auch sehr gut gestanden ich glaube ich muss erstmal hier hin weil ich muss halt jetzt irgendwie ein Kleid kriegen excuse me I would like to get a dress uh, it might take a little time will that be alright? what's the problem? well, my father, the owner, has been in slump lately you see, he makes all the dresses and where is your father? he's probably plastered at the bar he's probably plastered at the bar so, you're saying we can't get a dress unless we do something about your father yes, I'm sorry, he's caused so much trouble huh you would help me bring him back perhaps? well, if we don't do something we don't get a dress, right? really? please help my crazy old dad I just don't know what to do anymore alright, we'll do something let's go Cloud now push, cool again Cloud is immer noch sehr begeistert von der ganzen Idee okay, die bar war hier und da sitzt der excuse us, are you the father of the girl at the clothing store? I own the clothes shop but I ain't your father I... I didn't say that make me some clothes I don't make men's clothes and I don't feel like making anything right now Cloud, you wait over there for a second I will try and talk to him why don't you go over there and have something to drink you know, mister he always said that just once he would like to dress up like a girl so that's why I wanted a cute dress for him what? tough looking guy like that so, how about it? will you make him one? might be interesting actually I was getting a little bored just making regular clothes then you'll do it for us? yeah, alright what kind of dress do you want? oh that's why I'm not sure it's but also the question if we do it want man can here just things and then you will how do I say that now oh no so, there where we then come there can be some things in which you can and select the clothes and you will have to be prepared and other side it's actually quite funny if you don't do it and instead the other thing you can do it that's always very funny you are in this one room and they want you all in the wash and then suddenly you say that's a bit that's a bit but I don't know we don't know we don't know clean something that shimmers oh, got it you know I got a friend who has the same taste said I'll go talk to her hold on wait till I get a image in my head that's good Nan? oh really? hey, could you do something for me? someone's been in there all day and they're not coming out I can't hold it anymore eh? ja, da ist gerade jemand auf der Toilette und ist voll am kotzen und das Schöne ist wir haben die Tür aufgemacht und können sie auch offen lassen wir können sie nicht softlocken? oh, jetzt schnickst du die raus hier da geh ich mal lieber schnell speichern Speedrunnen ist auch so unglaublich verrückt hier kann man was essen hm, da kriegt man glaube ich nen Coupon willkommen shit wherever you like hab ich gerade gelesen hab ich gerade gelesen aber ich glaube da steht sit ah, sit down was heißt überhaupt sit wherever you like es ist nur ein Platz frei what will you have? Sushi plate natürlich in this store you pay first 70k thank you, just a second there you go there you go enjoy ha 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 Aua I've had better dog food come on, das ist deutsch in der Osten? ich weiß nicht, was das stand thank you here's an item Coupon for the pharmacy you can exchange it for one item there it's our last Coupon for now watch for our next promotion so, das hab ich halt gemacht um den Coupon zu kriegen ich hatte ja vorhin auch mal das Item-Menü gezeigt hier sind ja die von normalen Items aber da oben äh gibt's auch noch Key-Items da haben jetzt den Coupon bekommen hier steht das Kanji für Medizin dann ist das wahrscheinlich die Pharmacy ja waa just get there say something jeez und you have a quant then please select any one medicine you like äh digestive kann natürlich sein dass ich jetzt doch die Sache überspringe wenn ich so viele Sachen mache aber ich will zumindest mal die Person vom Klo runterkriegen und dann will ich natürlich noch ins Honey Bee in hier Medizin Juli gib mir was danke ich fühle mich jetzt das ist für eure Liebe sexy Cologne warum auch immer sie ihm das gibt ich meine wenn sie jetzt wüsste dass er sich als Frau verkleiden will würde das ja noch irgendwie Sinn ergeben aber warum gibt man zur Belohnung einem Mann wobei da stand ja Cologne das ist glaube ich nicht nur für Frauen ne ach ich kann mich einfach nicht machen hier du gehst das du wirst nicht in ohne es Mitgliederkarte so jetzt wird's lustig ich glaube da steht Hachimitsu no Yakata da oben was halt Honey Bee in heißt hey is that a members card I see shining in your hot little hand please come in kommt doch schöne Musik looks like I need to go inside to complete my disguise sure good excuse oh really see ya ist ja auch auf einmal Ehre drauf zuhören phew I... I mean Sir hurry please choose a room oh she's so weird but then again they all are oh dann mal hier the queen's room looks like this room is being used take a peek woah woah what the hell is going on in there the wind is calm now it's the curse of the resurrected satan our beloved queen does not awaken the time is ripe what on earth a legend has been passed on through generations hey shall we stop him soon we have a luncheon with President Shinra you can tell him you can't tell him you can't tell him come on oh well the legend has been passed on through generations so disgustible President they saw the promised land one with blue eyes this happens every time we come to meet girl business I think that's not President Shinra but company president this is used by the English from the Japanese to the English as well as president so I think I think these are some people who went to the company president with the company president here and he plays some weird plays and a great white sword on his back what are you just what are you complaining about you're just holding the lights I'm gonna wear this heavy armor now I know it's all part of the job yeah did you hear the president's wife found out about this little hobby of his huh no way I didn't know that oh looks like he's done man I'm glad jeez Mr. President I mean your majesty oh I'm sorry please remove the ancient curse I mean sir hurry and don't peek into other rooms the lovers room take a peek whoa oh what's wrong grandpa you keep saying steht hier nicht irgendwo naja da da hinten steht ist jemand am hüpfen den erkennen vielleicht manche no grandma is this the room? no son rented this for us at all but it's too nice for us big round bed gorgeous tub we just can't get comfortable don't worry about it it's a high cost neighborhood in the big city we keep complaining and we'll get in trouble oh oh I just can't seem to lose weight sir you can't come in here yeah pervert ah don't paste 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 god here's another one of those guys you know the delicate type just ignore him just ignore him love 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 in case he doesn't realize his position if I'm sorry for him just ignore him just ignore him what a past alright get out of here you dog that's ill I'll name him pooch mix 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 what should I do? is he following me? really? what if he follows me home? poochie will do it I'm sure of it you think he's after me? really? this guy makes me sick and his eyes are weird too they don't hurt these guys feelings let's at least say hi to them hello what a nice day to say by the way I haven't introduced myself yet I'm cloud a jack of all trades oh yeah welcome cloud gross don't get carried away remember your name is pooch take care cloud okay don't watch you're still here? oh well good timing anyway what do you think about me? oh whatever are you embarrassed? I may have some beauty can you take care of yourself or was it just later? or was it just later? hurry oh where do I go now? the one is so really mysterious the other is interesting even the interesting the group room I guess I will take this one then I'll take this room alright now all we have to do is enter the room you're not going to have a change of heart are you? don't make me repeat myself oh don't be angry with me jeez this one is probably the violent type alright please this way please shall we begin? I guess since you chose this room that would mean you hate being lonely cut the small talk I don't want to talk right now alright alright jeez you're so moody come on everyone is waiting everyone? and here they are alright everyone one two one two one two one two uh oh what's up what should I do? this could be dangerous looks like I'm always going to be facing crises all my life what's up don't be so embarrassed lose enough Bobby let's wash off all our sweat and dirt together what's up what's up Bobby show you the intimate type wow would you look at that what's up what's up what's up what's up oh okay listen to you I can't see it Oh Bubby, wie alt bist du? Echt. Echt. Äh, 21. Du bist mindestens halb meiner Zeit. Ich bin sehr stolz. Wie geht's? Willst du meinen Yo Bubbies Gruppe joinen? Nicht, ob du etwas anderes machen kannst, aber kannst du jemand anderes machen? Das ist wie du fühlst. Wir haben einen Planetenplan in einem Cabin in dem Land. Oh stimmt, das sieht man nicht wirklich irgendwann. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, das sind 10. Ich komme raus. Warum musst du ein bisschen spielen und spielen? Daddy ist so leid. Oh Bubby, das ist wichtig für mich. Hier ist ein Mementor unserer Zeit zusammen. Ich habe einen Bikini Brief bekommen. Yay. Oh Bubby, wieder. Ich habe mich gerade angefangen. Das ist jemand, wo ich das sein soll. Wie soll ich das tragen? Wenn es zu schminken ist, dann glaube ich, es gibt keine Wahl. Kann ich mich jetzt hier schminken lassen? Oh, was passiert? Nicht noch. Oh. Ich lasse es mit dem Schminken mal sein. Vielleicht... Oh, Sir. Almost closing time. So please remember, any personal belongings. Hey Cloud. Eris, thanks for the flower and one gill. I'll treasure this. I'm going to dry it and keep it good luck. Hey YouTube, why don't you get some rest? No. Nayoni. Oh. Oh. Piep, piep. Woah. Broken. Ah ja, Kniebeugen muss man auch noch machen, stimmt. Das finde ich erstmal jetzt hier das Kleid holen. Oh, you're here. It's ready. Go try it on. Cotton dress. Hey, let's turn die Schultern hängen. How do you even put this on? What are you doing? Still not right. A wig. That's what you need. Um. Wer sagt denn das jetzt? Der Opa, glaub ich, oder? I thought you might so I talk to my friend about getting one. You know the gym? You'll find a lot of people there like you. Go and talk to them. Oh, like you? Ares, what did you even tell him? Oh, god. Christian. Does it matter? Anyhow, we got a pretty dress. Was war hier eigentlich? War das hier nicht ein Materia-Laden? Hey man, you gotta meet it. I need to talk. Made a man. Not interested. Da kann man auch noch ein Item kriegen, das uns dann hilft. Aber ich will jetzt auch nicht das übertreiben. Ich muss das sagen. I will. What is it? Really, really appreciate it. Sorry about young lady. Would you turn the other way for a second? Why? Ares. Gosh. Sorry lady. Now here's the thing. You know that bending machine in the inn. I'm itching to know what they're selling in it. Just can't ask a girl to go get it. Vielleicht ist das so eine Kondommaschine oder so. What? Why don't I buy it myself? Well, to tell you the truth. I got in a fight with the guy at the inn. I can't go there anymore. Come on. So how about it? Fine, I'll go. Good thanks. I'll be waiting here when you're done. Finished. Good luck. Oh, I can trotzdem nix kaufen. I mean, oh my god, I bet he was kaufen. Wieso nicht? Ja, well nicht... Da kann man jetzt halt, äh... Hier unten kann man übernachten. Da kann man nachgucken, was das ist. Ja, da mach' ich das halt mal eben. Ich werde bestimmt überspring ich am Schluss das wirklich die Szene. Aber jetzt will ich wissen, was da für Materia verkauft. Does he mean this? Was ist denn überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, was man da kaufen musste. Thank you very much, please come again. Nicht ganz cool designt hier. Ich war gerade da drin, du Honky. Komme ich doch gerade raus. Got it. Oh, really? Hey. Jeez. And what was it? Protein-Drink-Set. A jerk. Ich werde so viel mehr Business machen als er. Er wird spüren. Lazy-Bud. Motivator jetzt. Take this. It's not much. Buy a Montyr-Hower. Kaufst du mir jetzt was? Ja. Einmal raus und wieder rein, vielleicht? We sold out and I've got nothing for you. Dann hätte ich den ganzen Scheiß auch nicht machen müssen. Oh Gott, ob ich das jetzt noch hinkriege? Vor allem mit dem Controller jetzt. Du weißt, was die gleich für Knöpfe von mir wollen. Ach du Scheiße, es gibt doch auch diese eine Parade, wo man dann hinterher was machen muss mit Knöpfen. Und dann hat er vielleicht auch die Bestanding-Control-Out-E-Stick-In-Mapped. are you the one who wants to be cute cute right and about the wig yeah i heard what it will cost you big bro the only way you're gonna get cuter is if you can be a big bro that's right so you're gonna compete with us right let's do squats right we'll beat you out of this gym are you the beautiful bro what you didn't know always running around here saying big bro this big bro that never mind that come over here no i will explain the rules from the ready position push was ist überhaupt switch wahrscheinlich quadrat okay is x ich glaube ich habe im kampf vorhin quadrat gedrückt und zwischen charakteren zu wechseln vielleicht meinen sie das mit switch cancel war kreis und ok war x switch ok probieren wir mal aber was ist denn dann switch switch aber was ist denn dann switch x nicht quadrat nicht dreieck nicht r l oh l natürlich l was auch sonst okay dann ist es l kreis x so 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 whatever the hell that was let's just get out of here so 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 Und davon kaufe ich auch noch drei. Ah, dann können wir das jetzt noch eben anprobieren würde ich sagen. Das mache ich jetzt mal noch und dann speichern wir. Ich bin bereit. Tada, Claudine ist geboren. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Vater, was sagst du? Dieser ist viel besser. Nein, was sagst du? Nein, ich will diesen. Ah, ich werde gehen. No change. Was sie sich jetzt gleich anzieht, finde ich aber gar nicht so toll. Ich finde, könnte auch einfach so bleiben. No peeking, musst du gerade sagen. Bisschen zu aufgebrezelt, finde ich. So, how do I look? Cloud lässt die Schultern hängen. Oh, you're no fun. The extra slutty dress. Genau. So, jetzt sind wir... Please stop by. Was ist denn, wenn ich jetzt da unten hingehe als Claudine? Hey, Prinzessin! Oh mein Gott! Was? Mit Johnny möchte ich hier mal sprechen. Oh, 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 oh. Ich glaube, du spritzt dich gleich in die Hose. Oh, mit Johnny. Nice to meet you. Uhhh. Hhhhh. Let's just forget that ever happened. Good, ah, dann speichel ich jetzt mal. Weil... Lohnt sich jetzt auch nicht mehr so ganz. Look at that man who walking... Hello, floor of the dragon! You're just dropping by right at the moment I'm about to stop. But I hope you're having a good day. No, he's not glitching out. Und ja, ich finde auch die Zeit verging irgendwie schnell seit Final Fantasy VII, oder? Ist das halt so, oder? Ich gehe die Zeit ganz schön schnell rum. Streamer, Rotation, Discord. Oh, ich habe to look into that. But thanks. Ja, ich stream eigentlich every Wednesday, usually. Not sure if that's much. I think Funky streams a lot more. But ja, I stream once a week. Usually from 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr, German time. Okay, that's it for today.